Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Videoserie, wo ich einmal alle Lernfelder der IT-Berufe vorstelle. Heute geht es um die Grundlagen der Programmierung im fünften Lernfeld und zwar mit dem Titel Software zur Verwaltung von Daten anpassen. Wie der Titel schon verrät, wirst du dich auf der einen Seite mit Daten beschäftigen. Welche Art von Daten gibt es, wo können diese herkommen und was spielt für Datenschutz und Datensicherheit eigentlich eine Rolle? Danach geht es in die Grundlagen der Programmierung mit den grundlegenden Programmierkonzepten, Kontrollstrukturen, Variablen, Programmabläufen und so weiter und wie man diese darstellt, beispielsweise mit Struktogramm oder mit Programmablaufplänen. Und UML ist selbstverständlich auch mit von der Partie. Auch geht es um die Erstellung von Softwaredokumentation und das Testen von Software. Das heißt, welche Testverfahren gibt es, welche Testmodelle gibt es und wie schreibe ich eigentlich gute Tests für meine Software. Mit dem Lernfeld wird also der Grundstein für die Programmierung gedeckt, der für alle IT-Berufe wichtig ist.